Hallo Freunde, kurz wieder meine Freunde, die Ex von Nemo, diese NK, verkauft jetzt Fußballer auf Grundy-Fans. Verdammt nochmal, alle Fuß-Feedy-Shit, was ist denn los bei euch? Was findet ihr denn so geil irgendwie? Die Fuß-Nägel oder so? Weil die glitzern oder keine Ahnung, weil die gut gepflegt sind? Weil die da immer so mit dem Fuß-Pfeile dran geht? Oder weil die Füße, keine Ahnung, schön geformt sind oder schön dünn sind? Oder findet ihr die Fuß-Knochen so geil? Oder würdet ihr gerne, keine Ahnung, an den Fuß-Nägeln lecken oder an den Fuß-Zähen lecken oder lutschen? Oder keine Ahnung, was ist daran so geil, meine Freunde? Ich verstehe es nicht. So ein Fuß-Fetisch hat der Boss nie verstanden oder so. Was ist daran geil? Die Füße stinken doch auch irgendwann. Findet man das so geil? Ich weiß nicht. Und darf ihr auch noch Geld ausgeben? Manche Leute sind echt komplett am Ende, meine Freunde. No Hate an diese Menschen, die es geil finden. Aber irgendwas stimmt doch bei euch nicht. Ich verstehe es nicht. Das sind echt die tiefsten Abgeordnete unserer Gesellschaft, meine Freunde. Nur Front jetzt. Soll ich ihr Geld machen oder so? Weil wenn Nimo nicht mehr ist, dann gibt es halt auch keine Kohle mehr. Das ist halt Oli-Fans drin sein. Macht halt jeder heutzutage. Okay, meine Freunde. Das warst du, du von Nüren. Boost. Abonniert gleich nicht vergessen, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Ich weiß nicht. Bitte schön.